Applaus 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 Hey, die Firebirds! So, habt ihr uns den Strom abgedreht? Nein, wir haben das mit Absicht gemacht. Wir wollten mal hören, ob es wirklich live ist. Die Jungs, die brauchen keinen Strom, die stehen unter Strom. The Firebirds! Okay, Freunde, noch einen Song machen wir. Übrigens, wenn ihr uns treffen wollt, wir spielen heute zweimal. Das heißt, wir kommen später nochmal. Damit das funktioniert, müssen wir vorher gehen. Ihr wisst ja, wenn man bleibt, kann man nicht wiederkommen. Deswegen machen wir gleich eine kleine Pause. Und dann könnt ihr uns dort drüben im Zelt vom MDR Sachsen-Anhalt. Da haben wir alles mit. Wir haben CDs, Autogrammkarten, Arbeitsbefreiungsscheine für den Arbeitgeber für morgen. Wir haben alles dabei. Aber bevor wir dort drüber gehen und die Bühne freimachen, möchten wir noch einen Mann richtig auspowern hier auf der Bühne. Nämlich unser Mr. Boogie Boogie am Piano. Mit Musik von Mr. Joey Lee Lewis. Unser Alexander. Ho, lot is shaking! All right!